Helferautos Feueralarm Aus der Garage fährt ein Feuerwehrauto raus. Es muss das brennende Haus löschen. Das Wasser wird mithilfe der Wasserspritze in das Feuer gespritzt. Das Feuer ist gelöscht. Das Feuerwehrauto fährt zurück zur Garage. Aus der gelben Garage fährt ein Kran raus. An seinem Ausleger befindet sich eine große Kugel. Mithilfe der Kugel wird der Kran das Haus abreißen. Fertig! Das ist ein Bulldozer. Vorne hat er ein gelbes Schild. Mithilfe des Schildes kann der Bulldozer die Bauklötze zur Seite räumen, damit hier ein neues Haus gebaut werden kann. Seht ihr, wie er die verkohlten Blöcke zur Seite schiebt? Der Kipplaster bringt neue Blöcke zur Baustelle. Und der Kran wird dabei helfen, sie aufzustellen. Die Kran das Haus genutzt. Und die Kran der Kran macht, sie in den Kran den Kran nehmen und fleren Verte, bis zum Schluss her athlete. Das ist ein bisschen der Kran der Kran der Kran. Das ist in der Kran der Kran der Kran der Kran. Abladen. Jetzt kann das neue Haus gebaut werden. Wie schnell! Wie schnell! Wie schnell! Das neue Haus ist fertig. Die Helferautos haben gute Arbeit geleistet. Vielen Dank Helferautos!